so ist an der seite noch so ein eingang zum reingehen euch kurz mal meine werkbank so halli hallo willkommen zurück zu minecraft und wir machen weiter darüber stehen geblieben sind und diesmal auch euch fröhlich und munter habe ich immer noch meine hacke da haben wir meine hacke da machen wir mal los bämbämm because i'm cool and happy because i'm happy lalalalalalalalala because i'm happy lalalalalala ok legen los wir brauchen erstmal wieder wolle wir sind noch nicht ganz fertig gewesen hier mit dem boden ein bisschen fehlt noch das kriegen wir aber heute noch fertig und dann können wir mal erst mal die etage nach oben bauen und dann irgendwann natürlich unten vielleicht eine rezeption und dann kann ich aufs fährt steigen sollte ich machen das vielleicht noch irgendwie das jetzt brauchen wir noch wolle platz habe ich noch für wolle im inventar aber ich schaffe wohl noch nicht pech ne hier wird wahrscheinlich noch so eine rezeption irgendwas kommen muss ja rezeption fehlt hier nicht noch irgendwo glas hinten könnte noch glas dann kommen irgendwie hinter der rezeption glas habe ich noch können wir noch machen 3 1 2 3 so ich bin bisschen blöd wenn hier kein boden drin ist einmal kartoffeln bitte wolle aha wolle wolle ich glaube 6 reicht nicht so ganz 6 reicht doch nie malz das ist doch viel zu wenig ich hey so das kriegen wir doch alles hin und wieder zurück jetzt haben wir 5 macht es auch nicht besser können die mal ein bisschen schneller machen hier nööö schneller das waren 3 das waren 3 4 6 9 na wollen man nicht wenn er da änn die hassen mich ein bisschen fehlt noch ich lasse euch doch leben ich schere euch nur einfach nur die Wolle ab wir machen es hier langsam und gemütlich 4 glaube ich fehlen noch ok was sollten die denn eigentlich sein wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe ja wir haben es geschafft man 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 4 nach oben 4 nach oben dann jetzt einmal hier lang was ist hier noch dann haben wir hier eine riesengroße Glasfläche glasfläche oh na ja haben es geschafft ja schon mal geil aus erstmal pen und dann geht's mit der rezeption unten weiter da brauche ich bestimmt ein paar zäune damit das alles so ein bisschen besser aussieht vielleicht habe ich schon zäune aus zeichen holz mal ein bisschen gucken was wir da haben wo ich noch tausend dinge mache die wir schon haben geht nicht so aus schwarzeichen holzzaun so besser zu viel als zu wenig jetzt können wir ja immer noch fahren davon ist hier echt genug so wie machen wir das jetzt am besten so jetzt an der seite noch so ein eingang zum reingehen euch kurz mal meine werkbank so das so ist die noch mal drauf gesteckt so eine seite unauffällig wenn man es natürlich richtig bauen würde gut schon mal gut aus diese banne an der seite bauen richtig ist noch mal wolle moment ich brauche noch mal wolle noch platz für wolle diesmal war auf einmal so viel da wenn er jetzt auch alle groß die schafe so und auf sticks ja packen wir mal hier so irgendwie eine seite wenn ich geht es so oder sieht es übertrieben aus geht doch finde ich und können natürlich auch das pixel hero logo raufpacken werde ich wahrscheinlich mal in den ressourcenpaket mit reinklatschen in den bilder ordner weil ich ja eh noch mal umtauschen und auch kann ich es eigentlich mit reinhauen pixel hero logo denkt man da hat auch keiner was gegen dafür sind die bilder teilen ja auch die bilder ja auch alle da dann kann ich das also auch damit rein husteln muss natürlich noch ein bisschen nach rezeption hier aussehen deshalb folgendes ja auch gehen so kleine tische oder jetzt zum beispiel wo wir erstmal hier vorne zwei nebeneinander packe ok soll ich nur wissen ob die sich verbinden gut da das funktioniert kann man das ganz gut hier irgendwie einbauen 1 2 3 1 2 hier muss noch eins hin hier war auch überspringen und rein aber sieht schon mal ganz gut aus bisschen blöd mit der roten farbe wenn man lieber eine andere rollfarbe nehmen das hebt sich sonst nicht so gut ab mal gucken ob man noch was anderes haben irgendwo knochenmehl wenn ich sonst die auch kurz mal gelb färben sonst auch gar nicht knochenmehl doch zum blumen vergrößern ausbrusteln auch hier kommt auch einfach das ding hier nehmen so farbe ich brauche platz im inventar alles klar der kommissar 6 reichen 6 nein 6 reichen nicht so das reicht so das hebt sich glaube ich ein bisschen besser ab ja so sieht es gleich viel besser aus haben wir so einen gelben Tresen hinten könnte dann normalerweise auch jemand stehen natürlich hier jetzt in so einem single player let's play nicht so üblich dass da jemand steht aber gehen würde es und dann haben wir da schon mal was dann kann ich beim nächsten mal ich weiß nicht ob man dann Blumentopf drauf stellen kann auf dem ding hier so können wir nochmal testen und dann kann man hier schon mal eine Treppe irgendwie hoch bauen Richtung erste Etage wenn die ersten Zimmer sind ok das können wir beim nächsten mal machen das war es denn von hier erstmal für heute wenn es euch gefallen hat dann lasst eine positive Bewertung da und das hier erstmal rein wir sehen uns das nächste mal wieder bei Minecraft the base aware hin und euch noch einen angenehmen guten Tag oder so tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020